Bereits das neunte Jahr in Folge verliehen das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Forum sowie die Deutsche Gesellschaft für Qualität in Mainz den Titel Deutschlands Kundenchampions. Mit diesem Titel werden Unternehmen ausgezeichnet, denen es im besonderen Maße gelungen ist, Kunden sowohl mit ihren Leistungen als auch emotional anzusprechen, an sich zu binden und somit zu Fans zu werden. Am Wettbewerb Deutschlands Kundenchampions können Unternehmen aller Größen, Klassen und aller Branchen teilnehmen. Wir führen eine repräsentative Kundenbefragung durch und ermitteln dann die Qualität der Kundenbeziehung. Also anmelden kann sich jedes Unternehmen. Ein Siegel bekommt nur das Unternehmen, das unsere strengen Kriterien erfüllt. Für diese Unternehmen hat das dann zweierlei Effekt. Das eine ist, dass die Unternehmen von selbst sehen und lernen, wo stehe ich mit meinen Kundenbeziehungen und das andere ist, dass sie natürlich über das Siegel ihren Kunden signalisieren können, wir haben eine echte Beziehungsqualität. Bei uns hast du als Kunde ein Erlebnis. Ja, für uns ist diese Auszeichnung ein großer Ansporn. Wir sind sehr stolz, dass wir diese Auszeichnung bekommen haben und zwar insbesondere deshalb, weil es zeigt, dass unsere Mitarbeiter in der Lage sind, unsere Kunden zu überzeugen. Mit hoher Kompetenz, mit Qualität, mit Glaubwürdigkeit und auch mit freundlich-sympathischem Umgang miteinander. Wenn wir jetzt nach Hause kommen, nehmen wir hier aus der Location eine schöne Flasche Sekt mit, werden die gemeinsam genießen und dann geht es am Montag mit Vollgas weiter, um noch besser für unsere Kunden zu werden. 1.1.2 2.3